Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum Minecraft Story Mode. Wir sind gerade, ich glaube es zumindest, auf dem Weg in den Kern von Parma und wir müssen und wollen versuchen, an den Zombiehorden vorbeizukommen. Du kannst immer wiederholen, alle! Ich bin so tired, ich werde dir weggebracht, um zu erzählen, was ich zu erzählen! Keine Worte, ich werde dich nicht verletzen, ich promise. Interferenz, located. Drone, identified. Tide and Seat is on Jessie. Ich denke, wir können das Pen-Sett gut machen. Begin Termination Sequenz. Jesse, bist du okay? Es ist kein Zeitpunkt, um zu warten. Es ist so, wie du mit Harper gesprochen hast. Und Pama? Ja, Pama hat mich gehalten. Nicht gut. Wir müssen zurück nach der Tür, die ich gerade gesehen habe, und in der Pama war. Aber was ist mit Harper? Ich glaube, sie hat bereits geplant. Aber wir können immer wieder enden Pama, ohne Harper. Es scheint, wir sind. Harper ist die einzige, die weiß, wie zu verhören, diese monstrosität. Harper glaubt uns, und wir sind ihre letzte Hoffnung. Wir sind alle letzte Hoffnung, um zu stoppen Pama. Harper würde sie nicht in uns, wenn sie wusste, was wir können. Harper hat mir die Entrance zu Pama gezeigt, und hat mir gesagt, wir brauchen etwas, die Redstone Heart. Redstone Heart? Whoa, das hat nur ein Blatt zurückgebracht. Die Reden Lichter, die ich vorhin erwähnt habe, gibt es drei von ihnen. Redstone Spires, und ich glaube, sie haben etwas zu tun mit dem Heart. Das ist... das ist alles, ich habe. Sorry. Nein, das ist perfekt, danke. Aber wie müssen wir diese Spires zu verhören, oder was wir suchen? Ich weiß nicht, ob Sie verstanden haben, Eivor, aber Pama wird nicht reagiert gut zu Wasser. Let's go wreck the heck out of Pama. Lead the way, Jesse. Come on! Quick, hide! Äh, die Blume? Tränke? TNT? TNT? Hm. Redstone Dust always comes in handy. Obwohl wir unten halt genügend davon hätten, ne? TNT ist praktisch. Ich kann diesen Button nutzen, um den Redstone Dust zu aktivieren. Aber was kann ich ihn zu verbinden? Habe ich... Habe ich den Button genommen, anstatt dem TNT? Ähm... Kann ich die Blume mitnehmen? Habe ich die Blume mitnehmen, um die Blume zu geben, um die Blume zu geben, um die Blume zu geben? Was? Ich dachte, vielleicht Harper könnte es wiederholen. Oder vielleicht kann ich es behalten. Ja, du kannst es behalten. Ich kann nicht mehr denken, wie es uns hier helfen kann. Hm. Sticks. Ich weiß nicht, wie sie uns helfen können. Ich weiß nicht, wie sie uns helfen können. Und ein Button. All I have to do is lay down a trail of this TNT, use the Redstone Dust as a fuse, stick a Button to the end, push it, and boom! Path cleared. Das ist gut, aber wie soll ich das TNT und Redstone ohne Super Zombies attacken von allen anderen? Das sind meine zwei Potionen von Hause. Ich habe sie nach dem, nach unserer Sky City-Aventur. A Potion of Swiftness. Und? A Potion of Leaping. These should do the trick. Choose, Jessie. Quickly, now! The possibilities are endless. Well, not endless. I'm gonna go for the Potion of Leaping. All right, all right. Don't jump all over me. Huh. With this, I don't even need the Redstone, or Buttons. I can just drop the TNT on them from the sky. Don't worry, Jessie. We'll be right behind you. Potion, do your stuff. Come on. Okay. Come on. Okay. das getan? Haben wir so viel TNT, dass das... Also, brauchen wir das nicht für später? Ach, wir haben tonnenweise davon. Na gut. Oh nein. Meine Freunde haben fast zu bauen, unsere neue Exit-Portal zu bauen, und dann werde ich alle anderen Welten benötig machen. Yay! Du kannst mich nicht verletzen. Du kannst mich nicht verletzen. Du kannst mich nicht verletzen. Uh, ich glaube, Palma könnte uns kommen. Ich frage mich, ob diese Explosionen etwas zu tun hat. Oh, nice. Die Stadt sind bereits in der Exit-Portal zu bauen. Wir müssen die Palma nicht verletzen, bevor sie die Chipped-Porten durchführen können. Ich werde dich finden, Chessie. Ich habe die Französung. Uh-oh. Viere Eiborg, Petra. Gimme deine Buckets. Jangan zu worry, Chessie. Wir holen sie. Wir werden das auch nicht verletzen. Ich glaube, das Spiel hängt, Leute. Ach nee, doch nicht. Wäre es nicht sinnvoller gewesen, immer wieder kleine, unendliche Seen mit den Wassereimern zu machen? Auf dem Weg hierher, wo eventuell Leute reinfallen könnten? Die drei Spires! Jesse, ich, natürlich, habe ich schon erwartet. Though, ich werde sagen, ich bin mir überraschend, wie schnell du hast, My defenses are significant. Your resistance to me is illogical. I didn't come here to talk. I'm here to put you out of commission. Your bravery is an impressive quality. I look forward to studying that aspect of your personality once you have been made useful. Out of simple curiosity, how exactly did you plan to deactivate me? Now that you understand your mission is a futile one, you might as well share it with me. That's for me to know and... Me to find out. Aha! Aha! I am sure your plan is futile. We'll see about that. I don't have time for this. Huh? There is a link. Out of my way. Ha! Oh, wait, wait. I'm gonna have time for this. It's up for a while. Oh, wait, wait! Oh, okay. I'm gonna have time for this. You're merely delaying the inevitable. You're so sure about that, Palma? You are very good at being anxious, but not good enough. You are too insignificant to worry me. We'll see about that. You have inflicted minor damage. Howie, I may not underestimate you, Jessie. I bet you're not feeling so confident about yourself now, are you, Pop? Your defeat remains inevitable. If I only had a piece of iron for every time I heard that before. You will relinquish your water. Harper! Your attempts to defeat me have been impressive, Jessie. Your tenacity and spirit will help to improve me once you have been made useful. Ah! I can't use my last water bucket on Harper while there's still one tower left. This is getting sad. The odds of you successfully defeating me are 3,720 to 1. Never tell me the odds. You will never defeat me. I will find your whole world and make everyone you ever get more neutral. It will be great. You're not losing your cool now, are you, Tama? My T-A-Fort! No! Jessie? Huh. That was worse than I could have imagined. You're free! Palma's out of your head now. Thank you. Jessie! Behind you! We've got company. Why did I think this would be easy? Your friend was tough. You sure you could handle this? Why keep trying, Jessie? You will only fail just as you have failed to save Ruben. Just as you have failed to need your friends back home. You will fail to defeat me. And Axel, Olivia, and everyone on your homeworld will soon be made useful. Drawing it out like this won't hurt me. But it might hurt your friend. You can't force me to hurt Lucas. Good. That will make this go much faster. Okay, Lucas. Let's see what you've got. Careful, Jessie! I hope you know what you're doing! You cannot win. I honestly think you should sit down and think things over. No time's spare. I've got to get to that heart! Enough of this! Look out! Ouch! 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 Ah! 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 Ah, mein Kiel! Jesse! You are being silly. Fight it, Lucas. I need you to help me fight Palma. Jesse, I can't stop it. Thomas 2 It has gone too far I will destroy you both to preserve functionality I can't hold on much longer, Jessie You can't give up I won't let you I can save you if I can just get to that heart My head It feels like it's on fire I can't think straight Get out of my head, Thomas Jessie, please stop, please Do not deactivate me I know I've made some very poor decisions recently But I can show you so much I can help you get home to your friends I can be useful to you Jessie Sorry, Thomas I've got enough friends Stop, will you? I'm afraid My mind is in the storm I'm trying to... No! 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 Lucas! Here, let me help you Let's get out of here You did it, Jessie! It's over Oh no Lucas Is he... When you removed out the redstone heart It must have severed their connection Lucas You better not be giving up on me right now Because you are way too tough For some computer to take you down Please Wow I never knew you cared so much He's okay Ow, just really sore I can't believe I tried to kill you I am so sorry All I could hear was Pama's voice You know, telling me what to do I tried to fight back, but I... I couldn't I'm just glad you're on our side again We need you Back at you, Jessie It's something else, isn't it? What is that? This? This is the redstone heart Beautiful And dangerous too, right? I mean, if it was inside of Pama Then it's gotta be bad It's obviously dangerous Actually, the heart is just a power source Nothing inherently evil about it Now that the redstone heart is empowering Pama It can't hurt anyone I wonder what we should do with it It can help you find your way home No way That thing can help us get home Let's go then The faster, the better I don't know, guys I still feel like this thing might be dangerous No matter what Harper says Jessie, trust me The redstone heart isn't dangerous It isn't safe It just is A neutral object A neutral object That can get you home I'm ready to leave this core behind The whole town will be waking up We should be there to say hello Plus, this place gives me the creeps To be in total control of my own brain again I choose where to go I choose what to say Just remember You were only chipped for a little while The rest of the townspeople, though Yeah, it must be a strange feeling To suddenly be awake and aware After such a long time under Pama's thrall It's you You're the one who saved us Who are you? You fought so bravely All of you You guys are awesome Well, I'm Jessie And we're the Order of the Stone Ooh We walk the worlds Seeking adventure And doing good deeds Wow Well, thank you We owe you everything You're right Jessie and the Order really are heroes We couldn't have done any of this without them Harper Is that you? Um, yes Hi, Harry Oh, wow He's the real Harry Like, from the lab You didn't do this to us, did you? You did Well, I mean, hey It's complicated You have to understand Our home's destroyed You don't understand Harper helped defeat Pama, too We couldn't have done it without her So what? We're just supposed to forgive her now? No I don't think so Harper stripped this place bare How are we supposed to rebuild? Are we supposed to deal with this mess all by ourselves? Do we just rebuild and forget about what happened? Whatever you decide to do Harper will make things right and help you clean it all up I... I will? Yeah She will? Yeah Right, Harper? Yes Yes, I will After I help these travelers find their way home I'll come back Help you all find new resources And we'll make this world great again Worth a shot, I guess Well, I think that's our cue to set out for home Again Thank you for being so understanding, Jessie I just hope these people can do the same when I come back again You helped free them I'm sure they'll come around I hope so Good luck, everyone Yeah, we'll need it Just one more thing left to do Goodbye See you soon, Harper See you soon See you soon You know, Jessie For all the grief we gave each other getting to this world I'm really glad we came Yeah, Petra Me too Right back where we started Is it weird that I'm happy to see this place again? Hey, this hallway might be creepy But at least there aren't any killer computers trying to chip us Yeah Oh, sorry No, it's fine I'm just glad we're going home Now when we built this place We also made something that sort of acts like a compass Slash map Slash navigator We called it The Atlas It helps chart routes between the worlds And you have this Atlas, right? Uh, no No, I don't But But I know who does Ah Huh Guess I should have seen that coming So wait You can't get us home? Okay Okay, no I might not be able to get you home But I do know where to get the Atlas Don't you worry We'll just go right in Ask for the Atlas And then you'll be home No muss No fuss Easy Funny Whenever someone says that My instincts start screaming danger In order to find the Atlas We need to track down the rest of the old builders Still don't like that name How do we find them? Which portal do we go through? Oh, you don't have to go through another portal What you're looking for has been right here the whole time And there you go All it's waiting for is the key That's the heart Whoa The answers you're seeking The old builders' atlas Your way home They're all right up those stairs Adventure? Ich muss zugeben Ivor wächst einem immer mehr ans Herz Oder? Ich hab auch ein bisschen gedacht Dass es zwischen Harper und ihm So ein bisschen knistern wird Ähm, wie Unge so schön sagt Aber vielleicht kommt es auch noch Dass das passiert Und Meine Hasen kramen in ihrem Futter gerade rum Und sie kommt vielleicht mit in das nächste Hier ist sie nicht dabei Aber hier haben wir auch alle unsere Rüstung nicht an Also in den Startbildern Das Ende der Reise Hm Ich bin gespannt Wir sind ja auch jetzt gerade nicht durch das Portal gelaufen Sondern wir haben das Portal ja runtergefahren Um dann hoch zu gehen Ist das also ein wirkliches Bild von dem Was passieren wird? Zu dem ganzen Ding Ich glaub trotzdem, dass das Herz gefährlich ist Natürlich ist es Ähm, nicht gefährlich im Sinne Dass es alleine was tun kann Weil der Computer hatte die Intelligenz Aber ich meinte, so eine große Energiequelle Ähm Die kann halt so einen riesigen Computer am Leben erhalten Deswegen ist es meiner Meinung nach trotzdem gefährlich Und wenn es so easy zu bauen wäre Warum gibt es da nicht 50 Herzen oder sonstiges dafür? Deswegen Hm Ich glaub schon, dass es ein fettes Item ist Aber ich kenn mich damit jetzt auch nicht aus Was den Bau in Minecraft selber angeht Ob die Ressourcen dafür entweder selten oder schwer zu bekommen sind Falls ihr das wisst oder so Holt es mir in die Kommentare Ich werde bestimmt aber auch neugierig Ähm, danach googeln Wenn ich es nicht vergessen sollte Denn wenn ich jetzt gleich eine Aufnahmepause mache Ist nämlich schon spät Und ich muss morgen leider wieder arbeiten Also so spät ist es nicht Ist es glaube ich 7 oder so Aber ich muss noch duschen Meine Sachen rauslegen Ich mach sowas Weil ich am nächsten Morgen unfähig bin Sinnvolle Sachen aus dem Schrank zu holen Deswegen mach ich das alles am Abend zuvor Und deshalb brauche ich jetzt noch ein bisschen Zeit Bevor ich mich dann final schlafen lege Und mach ne Aufnahmepause Eigentlich übelst schade Ich hab gedacht Ich kann Episode 8 auch noch schaffen Und das ganze Abenteuer leben Aber auf der anderen Seite Ich denke, dass Season 2 vielleicht sogar anschließt Falls, ähm Dass halt in Episode 8 So was ich ein Cliffhanger ist Der in Season 2 dann aufgelöst wird Und dann ist es wiederum cooler Wenn ich das am Stück spielen kann Spielen kann Und Dann nicht auf die Folter gespannt werde So wie ihr Bei manchen Folgen Wisst ihr? In diesem Sinne, liebe Leute Ich fand das Abenteuer mit dem Haus cooler Das war aber trotzdem echt spannend und cool gemacht Auf jeden Fall Und es war auch sehr, sehr süß gemacht Mit diesem riesigen Computer-Gesicht Mit den Smileys und Emojis Aber das habe ich schon in den vorherigen Folgen gesagt Also es hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht Aber ich fand Mich hat mehr das Horrorhaus angesprochen Wie dem aus, liebe Leute Und da bleibt mir gleich die Stimme schon langsam weg Deswegen machen wir jetzt hier eine kleine Aufnahmepause Ich lege mich schlafen Ihr euch vielleicht auch Und ich wünsche euch einen schönen Tag Eine gute Nacht, wenn auch immer ihr das guckt Bis zum nächsten Mal Tschüüüü.